Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Gutzeln kann man nicht früh genug anfangen. Erstens, weil sie so gut sind. Und zweitens, weil es bei Gopiz wieder eine Aktion für Backzutaten gibt. Und drittens, weil man später dann schon fast wieder keine Zeit mehr hat. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel auf die Weihnacht gerne möchten, Gutzeln verschenken, dann können Sie jetzt schon damit anfangen und es einfach eingefrieren. Am besten nehmen Sie dazu solche Tiefkühlbehälter. Plastiksecke sind weniger geeignet, weil die Gutzeln drin leicht verbrechen. Die meisten Gutzelisorten sind bis zu vier Monate haltbar. Buttergutzeln wie Mailänderli circa drei Monate. Zucker- und Schoggiglasuren springen beim Früeren und darum muss man sie nachträglich auftragen. Auch Gutzeliteige können Sie sehr gut vorbereiten. Und Sie können ihn in Plastik- oder in Alufolie verpacken. Dann bis drei Tage im Kühlschrank oder acht bis zehn Wochen im Tiefkühler aufbewahren. Jetzt noch ein Tipp zum Aufbewahren von den Gutzeln. Am besten geeignet sind da solche Blechdosen oder auch ein Einmachglas. Denken Sie jetzt aber daran, vor dem Einfüllen sollten die Gutzeln richtig gut auskühlt sein. Sonst kann sich nämlich Wasserdampf bilden. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und ein gutes Geringen beim Gutzeln. Viel Vergnügen wünschen wir Ihnen jetzt auch beim Coop-Rezept dieser Woche. Zwei hochwertige und erst noch preisgünstige Schweizer Gemüse bilden die Grundlage für unser heutiges Rezept. Riebli und Härtöpfel. Die Riebli in grobe Rädli und Härtöpfel in grobe Würfel schneiden. Im Dampfkochtopf ungefähr acht Minuten weich kochen. In der Zwischenzeit eine gehackte Zieberle im Anken weich dämpfen. Die kochten Härtöpfel und Riebli kurz mitdämpfen und alles durchs Pass weit lassen. Ein Ei dazu geben. Ein bisschen Rahm. Salz, Pfeffer und Muskennuss. Dann langsam erhitzen und mit dem Schneepäsen zu einem luftigen Buree aufschlagen. Zu diesem feinen und gesunden Buree servieren Sie am besten ein Hackbrot. Also das Rezept sollten Sie bald einmal ausprobieren. Es steht nämlich in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen durch ganze Tage im Teletextzeiten 270. Und jetzt danken wir fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop die Coupe Chanty und Aliflans im Duplopack 30 Kappen günstiger. Midi-Rösti zwei Beutel an 500 Gramm statt 4,80 nur 3,80. Eine Dose Atrix Handcreme statt 2,65 nur 2,15. Eine Dose Nivea-Creme statt 2,90 nur 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kackt das Rindfleisch 1 Kilo für nur 9,50. Binti, Herr Töpfel, Tragtasche an 2,5 Kilo nur 2,20. Auf Wiedersehen!